Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir diese Muttertagskarte basteln. Wir befinden uns dabei auf unserer kreativen Weltreise nach Australien und ich möchte mit dir einmal erkunden, wie die Australier den Muttertag feiern. Bevor wir diese Karte basteln, bitte abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Ja, und dann schnapp dir einfach deine ausgedruckten Papiere, deine Printable und falte einmal das Hintergrundpapier in der Mitte. Ich knick das hier nur an und nehme dann die Faltmaschine, also Maschine ist vielleicht ein bisschen zu viel, also den Falzer und falte es damit ja richtig sozusagen. Den brauchst du natürlich überhaupt nicht, du kannst das per Hand machen, aber ich mache das eigentlich ganz gern, weil es dann eine schöne Faltkante gibt. Der Rest der Erstellung dieser Karte ist schon fertig. Du kannst dir einmal unser Video anschauen, es ist allerdings ein englisches Video, wie ich diese Karte, diese Vorlage mit Affinity Designer erstelle und kannst dir das auch erstellen mit dem Grafikset von Lisa Glanz. Ich lasse den Link dazu hier in der Infobox, dann kannst du dir einmal anschauen, welche Grafiken da inklusive sind und was du damit machen kannst. Ich kann dir leider nicht hier die Grafikvorlage zur Verfügung stellen, weil dies einer richtigen kommerziellen Lizenz bedarf. Die habe ich leider nicht für dieses Grafikset, deswegen zeige ich dir hier nur, wie ich das mache. Du kannst es aber natürlich erwerben und dann jederzeit nachbasteln. Die Karte muss natürlich auch nicht für den Muttertag sein. Du kannst was auch immer in deinen Text reinschreiben, du kannst die Schriftart nutzen, die dir gefällt. Wie gesagt, ich verlinke auch das Video, sodass du das ganz einfach selbst erstellen kannst. Wie du hier schon sehen kannst, schneide ich erst einmal alle Elemente aus, die ich für mein Projekt benötige. Das können für dich natürlich ganz andere sein. In dem Grafikset hat es auch noch ganz verschiedene Elemente enthalten, die du auf deinen Hintergrund packen und ausdrucken kannst. Das ist wirklich einfach zu erstellen. Also ich wiederhole mich hier, ich will einfach nur damit sagen, du kriegst das auch so hin, ganz ohne mich. Das ist gar keine große Aktion. Ja, auf jeden Fall schneide ich jetzt hier die Elemente aus. Ich lasse hier einen weißen Rahmen um die Elemente herum. Das tue ich ganz einfach, weil man das Ganze nicht so detailliert ausschneiden kann. Es ist sehr, sehr fein hier gezeichnet. Und wenn ich das nicht tue, dann sieht das Ganze doch sehr, sehr seltsam aus. Und auf diese Art und Weise sieht es ein bisschen aus wie ein Sticker. Und deswegen finde ich das doch schon sehr viel schöner. Ja, wir schneiden jetzt weiter alle Elemente aus und dann nutzen wir gleich diese 3D-Pads, um die einzelnen Elemente der Karte ein bisschen hervorzuheben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.